Musik 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 Menschen mit Behinderung zu beschäftigen hat eine tolle Auswirkung und diese 30-jährige Erfahrung möchte ich Unternehmen weitergeben und zeigen, dass es wirklich zu einer Win-Win-Win-Situation kommt. Es ist nicht ein soziales Projekt, sondern es hat eine wirtschaftliche Kraft. In insgesamt 14 Unternehmensdialogen konnten wir österreichweit an die 100 Best-Practice-Beispiele präsentieren und dabei ein dichtes Netzwerk an interessierten Unternehmen knüpfen. 2018 haben wir das Format weiterentwickelt. Wir sind sehr stolz für den Unternehmensdialog Logistik und Handel Randy Lewis gewonnen zu haben, einer der Vorkämpfer für Inklusion am Arbeitsplatz. Hiring people with a disability is an idea whose time has come. There are enough examples out there that prove that people can do the job if they're given the opportunity. Wenn man den Blick wegbringt von der Behinderung und dorthin, was die Leute wirklich können und wo ich das dann in meinem Unternehmen einsetzen kann, dann bin ich der absolute Sieger. Schwierigkeit ist diese hohe Einstiegshürde am Anfang, die eben rein aus Barrieren in den Köpfen besteht. Als Mutter einer Tochter mit Behinderung weiß ich, dass Menschen mit Behinderung oft individuelle Talente und Fähigkeiten entwickeln. Und genau das wollen wir Unternehmen zeigen. Man ist nicht behindert, man wird behindert im Berufsleben und im Privatleben. Und ich glaube, wenn man das ein bisschen als Schlagwort auch nimmt, dann hilft es auch im Mindset, dementsprechend anders zu agieren. Ja, das Wichtigste ist, barrierefrei denken sozusagen, also auch für einen Unternehmer selber. Ich glaube, die Herausforderung ist, dass wir allen Menschen da draußen eine faire Chance geben, in unseren Unternehmen zu arbeiten. Es macht unsere Teams in den Filialen, wo wir Menschen mit Behinderung haben, noch erfolgreicher. Unternehmerische und soziale Verantwortung sind keine Gegensätze. Beide Seiten können gleichermaßen profitieren. Nur als Team können wir erfolgreich sein. Wir sind sehr froh, dass wir die Schirmherrschaften und Unterstützung der Ministerien hatten, der Landeshauptleute, aber auch der Wirtschaftslandesräte und Soziallandesrätinnen, die aktiv bei unseren Dialogen dabei waren. Es gibt einen Mehrwert im Unternehmen, das sieht man überall dort, wo Integration und Inklusion auch tatsächlich ernst genommen und betrieben wird. Für uns ist der wirtschaftliche Mehrwert des Unternehmens, dass wir in diesen Bereichen eine Genauigkeit erreicht, dass wir eine Reklamationsquote bei den Kunden haben, die gleich Null ist. Und auch diese Loyalität und diese Freundlichkeit, die man in diesem Unternehmen spürt, die auch letztendlich die anderen Mitarbeiter ansteht. Die Kernbotschaft ist, dürft ihr jetzt viel im Kopf denken, was könnte es sein, wie schaut die rechtliche Situation aus. Das sind ganz normale Mitarbeiter mit allen Vor- und Nachteilen, die auch gesunder oder auch nicht gesunder haben. Finden Sie den Mut, Menschen mit Beeinträchtigungen eine Chance zu geben und Sie werden erleben, dass es sich für das ganze Team wirklich lohnt. Wenn es auch nur kleine Schritte sind, bewegt etwas, verändert etwas und löst hoffentlich ein Schneeballsystem aus. Und ich freue mich, dass ich Teil dieses Schneeballsystems sein kann. There is no reason why Austria couldn't embrace this and become the world center from which all the world will come to see how to make this happen. Applaus